Seit 2014 ist er SPD-Gemeinderatsvorsitzender und möchte jetzt Oberbürgermeister werden. Herzlich willkommen bei uns im Interview, Martin Körner. Vielen Dank für die Einladung. Guten Morgen, Herr Rau. Guten Morgen. Wir starten gleich mit der ersten Frage, als wir uns zuletzt zum Interview getroffen hatten. Es war noch ein gutes Stück vor dem Corona-Lockdown. Inwiefern hat sich mit diesen neuen Herausforderungen durch die Pandemie auch Ihr Wahlprogramm verändert? Das Programm insofern, als dass bestimmte Themen noch mal wichtiger geworden sind, also das Thema Arbeitsplätze sichern, Ausbildungsplätze sichern, überhaupt die wirtschaftliche Situation ist noch mal viel wichtiger geworden. Ich komme beruflich aus dem Bereich, deswegen ist mir das nicht schwer gefallen, mich da thematisch auch darauf einzustellen. Aber das würde ich sagen, ist mit das Wichtigste, dass sich die Themen verschoben haben im Programm. Und natürlich für den Wahlkampf insgesamt hat sich ganz viel geändert, weil mir zumindest ist es zum Beispiel sehr wichtig gewesen wäre, jetzt Hausbesuche und was weiß ich zu machen. Das können wir jetzt deutlich weniger machen. Also so dieses Menschliche und miteinander reden und sich in die Augen schauen, ist leider weniger geworden. Jetzt fordern Sie ja 30.000 neue Wohnungen, Deutschlands besten Nahverkehr und grünen Strom zu 100% aus erneuerbaren Energien. Das sind alles Dinge, die sehr viel Geld kosten. Haben wir das in diesen aktuellen Zeiten der Pandemie überhaupt noch, dieses Geld? Die Landeshauptstadt Stuttgart verfügt zum Glück über viel Geld. Wir haben zum Beispiel vier, fast 500 Millionen Euro bei der stadteigenen Holding liegen. Und das Geld wird heute in Aktien und Rentenpapieren auf den internationalen Kapitalmärkten angelegt. Und ich finde, dass das nicht die Aufgabe der Stadt ist, Geld auf den Kapitalmärkten anzulegen. Dieses Geld könnte in erneuerbare Energien investiert werden und damit könnten wir unsere Stromversorgung in Stuttgart aus meiner Sicht bis 2030 auf 100% erneuerbare umstellen. Da ist das Geld auch dafür da und in dem Fall ist es sogar so, dass das Investitionen sind, die sich rentieren. Also das funktioniert. Beim Nahverkehr wird es eine große Herausforderung sein in den nächsten Jahren. Da haben Sie recht, da sind wir auch auf Hilfe von Bund und Land angewiesen. Aber für unsere Stadt muss aus meiner Sicht schon auch der Anspruch gelten, wir wollen den besten Nahverkehr in ganz Deutschland haben. Wenn ich da kurz einsteigen darf, der Herr Rockenbauch beispielsweise fordert einen kostenlosen ÖPNV. Also das würde massiv Geld kosten. Wie stehen Sie dazu? Das halte ich für nicht seriös, weil kostenlos gibt es nicht. Der Busfahrer muss ein Gehalt bekommen. Der muss davon leben können. Das heißt, es geht eigentlich mehr um die Frage, wer zahlt es. Und ich finde es fair, wenn wir sagen, die Hälfte von dem, was Bus und Bahn fahren kostet insgesamt, zahlen die Fahrgäste und die andere Hälfte zahlen Stadt, Land und Bund. Dann sind wir schon sehr gut unterwegs. Ich finde, es gibt ein seriöses Finanzierungsmodell zum Beispiel für ein 365 Euro Jahresticket für das ganze Verbundgebiet, für die Schüler, für die Azubis. Haben wir das jetzt erreicht? Der nächste Schritt müssen die Studis sein. Dann schaffen wir vielleicht die Seniorinnen und Senioren und dann mit dem Jobticket schaffen wir das auch für alle. Das finde ich ist ein seriöses Modell. Kostenlos gibt es nicht, weil irgendjemand muss es bezahlen. Also Deutschlands bester Nahverkehr ist nicht kostenlos. Genau, so ist es. Wir kommen jetzt zu unseren Zuschauerfragen. Wir hatten im Vorfeld aufgerufen, über die sozialen Netzwerke Fragen an Martin Körner zu stellen. Und da kommt auch schon die erste Frage. Der oder die Userin Destructive Influence möchte über YouTube wissen, wie Sie zur 40er Zone in der Stuttgarter Innenstadt stehen. Also wir haben ja nicht nur in der Innenstadt, sondern eigentlich stadtweit, finde ich, ein ganz gutes System, dass wir 30 Stundenkilometer in den Wohngebieten begrenzt haben, Geschwindigkeitsbegrenzung. Das gibt es schon lange. Das gibt es schon lange und 50, sagen wir mal, auf den größeren Straßen. Und die 40 sind da sinnvoll, wo wir mit der Sauberkeit der Luft ein Problem haben, wo es auch um Sicherheit geht. Nehmen wir mal das Thema vor Schulen, wobei da ist Tempo 30 dann auch häufig die richtige Lösung. Und ich finde dieses Modell 30, 40, 50, das finde ich sinnvoll. Also Sie würden es auch weiter ausbauen noch mit den 40er Zonen? Ja, an der einen oder anderen Stelle schon, ja. Dann gehen wir direkt zur nächsten Zuschauerfrage und zwar über YouTube von Nat Helmchen. Er möchte wissen, was im Hinblick auf die Krawalle von flächendeckender Kameraüberwachung in der Innenstadt getan werden müsste. Also brauchen wir eine flächendeckende Videoüberwachung aufgrund dieser Krawallenacht? Nein, wir brauchen keine flächendeckende Videoüberwachung. Wir brauchen aber für einen gewissen Zeitraum, wenn es Plätze gibt, wo es gefährlich ist, ab einer bestimmten Uhrzeit vor allem, für eine bestimmte Uhrzeit, zum Beispiel am Wochenende ab, was weiß ich, 20, 22 Uhr, so etwas. Weil wir auf Dauer nicht die Polizei sozusagen mit Hundertschaften da abends patrouillieren lassen können, aber auch nicht sollten, finde ich, weil das für den öffentlichen Raum, für die Plätze bei uns auch kein gutes Bild ist. Auch die Kolleginnen und Kollegen das nicht schaffen, die haben schon verdammt viel Überstunden. Und für den Fall würde ich sagen, wo es wirklich gefährlich ist und für bestimmte Zeiten kann man das machen. Und wenn es dann aber auch nicht mehr gefährlich ist, dann müssen wir es auch wieder abschalten. Mannheim zum Beispiel hat gute Erfahrungen damit gemacht, brauchen sie aber jetzt auch nicht mehr. So einen Weg sollten wir schon gehen. Wäre es nicht sinnvoller, auch präventiv zu agieren mit Streetworkern, etc.? Beides schließt sich ja nicht aus. Ich glaube, wir müssen beides machen. In einer aktuellen Gefährdungslage müssen wir halt auch über Polizei und Videoüberwachung reden. Aber damit das nicht nochmal passiert, was Ende Juni passiert ist, müssen wir, wie Sie sagen, präventiv, vorbeugend ganz, ganz viel machen. Ich finde, wir müssen unsere Schulen besser ausstatten, gerade dort, wo viele Leute leben, die zum Beispiel nicht so viel Geld haben. Wir haben mit der mobilen Jugendarbeit eine gute Streetwork in den Bezirken, aber in der Innenstadt bisher nur am Milaneo ein bisschen, sonst nichts. Da brauchen wir das auch. Und das ist dann schon ein ganzes Paket, wo es auch um Gewaltprävention geht. Also es gibt ja auch Angebote an den Schulen, wo man versucht rüberzubringen, Leute, wie kann ich einen Konflikt auch ohne Gewalt lösen? Das geht ja. Und das gehört da auch dazu. Es gab ja teilweise auch Maßnahmen im Vorfeld dieser Krawallnacht, die wieder abgeschafft wurden, gerade im Bereich der Streetworker. Wie unvorbereitet hat Sie die Situation damals getroffen, der ja auch an der Spitze der SPD in Stuttgart steht? Hätten Sie damit gerechnet, dass es solche Bilder in Stuttgart jemals geben wird? Oder war das schon auch ein Schock in dem Moment? Also so heftig, wie es war, war es schon auch ein Schock. Aber dass ich die Situation da unten zuspitzen konnte und in den Wochen davor zum Teil ja auch schon zugespitzt hat, dass es in anderen Städten, vor allem jetzt auch gerade nochmal in Corona-Zeiten, solche Situationen gibt, das war bekannt und es ist auch eine ganz besondere Situation gewesen, das muss man auch einfach mal sagen, wo junge Leute eben auch wenig Möglichkeiten haben, jetzt was Freizeitgestaltung anbelangt und vieles mehr. Aber das war schon dramatisch und man muss auch klar sagen, so geht es nicht. Und auch da eine klare Kante zeigen, mich hat das da an dem Morgen, ich bin nachts wach geworden, weil ich diesen Hubschrauber gehört habe oder nicht nur einen und der ging ja nicht mehr weg und da habe ich schon so gedacht, also irgendwas ist los und als ich das morgens mitbekommen habe, das hat mich schon geschockt, ja. Die Userin Steffi Bumm fragt über Facebook, wie kann bezahlbarer Wohnraum für alle in Stuttgart geschaffen werden? Und ja, der amtierende OB Fritz Kuhn hat sich ja zumindest bemüht, da auch aktiv zu werden, aber es hat sich eben auch gezeigt, so einfach ist es nicht, als OB auf Knopfdruck bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Wie würden Sie da vorgehen? Nein, einfach ist es nicht, aber es hat schon auch Gründe, dass Stuttgart seit dem letzten Jahr die teuerste Großstadt Deutschlands ist, wenn es ums Mieten geht. Teurer als München im Durchschnitt, hat ein bundesweiter Mietspiegelvergleich ergeben. Erstens, wir brauchen schon viele neue Wohnungen, es geht nicht ohne Neubau und da haben wir im letzten Jahr ein absolutes Negativergebnis erzielt mit weniger als 1.000 neuen Wohnungen. Da machen uns andere Städte vor, dass das besser geht. Ich nenne mal Hamburg, aber auch Zürich. Und damit mehr gebaut wird, muss der Oberbürgermeister auch das zur Chefsache machen und die großen Bauprojekte, die unterwegs sind, ganz eng monitoren und schnell entscheiden, wenn es darum geht, ämterübergreifend auch was entscheiden zu müssen, wenn es um Baugenehmigungen und vieles mehr geht. Also das ist auch viel Organisatorisches. Da haben uns auch andere Städte vorgemacht, wie das geht. Es geht aber auch um bessere Förderprogramme der Stadt. Wir haben heute auf Festgeldkonten über 10 Millionen Euro aus diesen Förderprogrammen, die nicht abfließen, die wir nicht unter das Volk bringen, obwohl der Wohnraum so knapp ist und das Wohnen so teuer ist. Wobei man jetzt ja auch gerade sieht, in Pandemiezeiten ist man auch dankbar, dass es dieses Geld irgendwo liegt. Ja, wobei ehrlich gesagt, in dem Fall bin ich nicht dankbar. Wir haben in anderen Fällen, ist es gut, dass wir auch Rücklagen haben, aber das ist keine Rücklage, sondern da hat der Gemeinderat gesagt, bitte fördert das bezahlbare Wohnen. Und es ist uns nicht gelungen, diese Förderung vernünftig umzusetzen und das finde ich nicht gut. Und letzter Punkt vielleicht nochmal, die Stadt muss auch auf dem Grundstücksmarkt in Stuttgart aktiver sein, eine aktive Bodenvorratspolitik machen und zum Beispiel dann mehr genossenschaftlichen Mietwohnungsbau, mehr Baugemeinschaften und auch mehr kommunalen Mietwohnungsbau auf den Weg bringen. Es gibt schon einen Grund dafür, dass in Hamburg die gleiche Wohnung 20 Prozent weniger kostet als in Stuttgart. Und so viel mehr verdienen tun wir nicht als die in Hamburg. Das heißt, mit einem OB Martin Körner würde es tatsächlich 30.000 neue Wohnungen geben. Könnten Sie das versprechen? Das wäre auf jeden Fall mal mein Ziel. Wir haben ja in einer... Kuhn hatte auch einige Ziele. Ja gut, also ich meine, mehr kann ich jetzt aber auch nicht versprechen. Da bitte ich auch die Wählerinnen und Wähler um Verständnis, das wäre nicht seriös. Aber das ist mein Ziel und ich glaube, es ist machbar. Wir haben eine Liste mit Wohnungsbauprojekten, da stehen ungefähr 24.000, 25.000 Wohnungen drin. Wir haben gerade noch mal den Versuch, da auch noch mehr Potenzial zu zeigen. Und ich finde schon, dass wir die ein oder andere Fläche am Siedlungsrand auch entwickeln können und im Zweifel mal über ein großes Neubauprojekt auch einen Bürgerentscheid durchführen. Das wären so Wege, mit denen ich dann dieses Ziel auch erreichen möchte. Verena Mayer hat gefragt über E-Mail an obi-wahl-at-stugib.tv. Was Sie davon halten, diese Heizpilze jetzt in der Gastronomie zu erlauben? Ich finde, das sollte man jetzt im Winter erlauben. Allerdings entscheiden das die Gastronomen dann ja auch selber, ob das für sie wirklich sinnvoll ist. Es gibt im Übrigen auch andere Lösungen, die nicht ganz so viel Energie verbrauchen. Wir haben die Verwaltung gebeten, Ihnen mal einen Vorschlag zu machen, wie wir den Gastronomen überhaupt jetzt im Herbst und Winter helfen können, weil die Lage ist dramatisch. Und wenn nur noch die Hälfte der Kneipen hier unterwegs ist und die andere Hälfte zumacht, dann ist Stuttgart auch nicht mehr das, was es mal war. Deswegen finde ich das vertretbar, für einen beschränkten Zeitraum sowas zuzulassen. Wenn Ökostrom genutzt werden kann oder andere weniger intensive Wärmequellen genutzt werden können, ist das noch besser. Aber ich finde, wir können das jetzt den Gastronomen nicht verbieten, so etwas in diesem Winter anzubieten, weil das eine kleine Chance ist, um zumindest ein bisschen Umsatz auch in den nächsten Monaten machen zu können. Und die haben echt ein Problem gerade. Bei welcher Gastronomie wären Sie besonders traurig, wenn Sie schließen müsste? Also wo gehen Sie gerne hin? Ich gehe total gerne in die alte Schule in Gablenberg. Zum einen, weil sie bei mir um die Ecke ist. Zum zweiten, weil man da gut Fußball gucken kann. Weil man da auch schön draußen sitzen kann. Dann kommen wir zur nächsten Zuschauerfrage. Und die ist etwas länger und wir haben uns erlaubt, nur Auszüge daraus vorzulesen. Sie ist schon ein Stück. Also Kai Laus fragt über Instagram. Sollte Marian Schreier als Erst- bzw. Zweitplatzierter des ersten Wahlgangs in den zweiten Wahlgang kommen und Martin Körner nicht, würde Martin Körner Marian Schreier im zweiten Wahlgang unterstützen? Oder kann Martin Körner nicht ausschließen, dass er in diesem Fall Veronika Kienzler von den Grünen oder Frank Nopper von der CDU unterstützen würde? Holla, okay. Also da fällt mir jetzt ein, hätte, hätte, Fahrradkette. Also das sind jetzt so viele hätte und wenns, dass es mir ein bisschen schwerfällt, muss ich gestehen, darauf zu antworten. Ich arbeite momentan dafür und das ist mein Ziel, im ersten Wahlgang so weit wie möglich nur vorne zu sein, so viele wie möglich davon zu überzeugen, dass ich ein gutes Angebot mache für das Oberbürgermeisteramt und alle anderen Fragen kann ich Ihnen am Montag, Dienstag, vielleicht auch Mittwoch nach der Wahl beantworten. Okay, wir sprechen uns hoffentlich aber auch schon am Wahlabend mit einer ersten Reaktion auf das Ergebnis. Wir berichten ja auch live via Stream, wenn ich das kurz werbetechnisch einbinden darf. Und kommen vielleicht dann doch noch mal zur Frage zu den Mitbewerbern. Jetzt rein theoretisch hat ja eigentlich Veronika Kienzler die Favoritenkarte, wenn man die letzten Ergebnisse der Kommunalwahl bedenkt, wo die Grünen wirklich sehr stark abgeschnitten haben. Ich glaube, dass das ein ganz offenes Rennen ist, weil es bei einer Oberbürgermeisterwahl um Personen geht, die sich da zur Wahl stellen, um Frauen und Männer, die eine bestimmte Berufserfahrung mitbringen, die eine bestimmte Art mitbringen, Mensch zu sein. Und ich finde, das ist ein großer Vorteil dieser Wahl, weil die Menschen da wirklich eine Auswahl haben und sich frei entscheiden können. Ich werbe dafür, dass sich alle die Kandidatinnen und Kandidaten genau anschauen. Was bringen die mit? Was ist denen wichtig? Was wollen die erreichen? Wie sind die auch als Mensch? Und dann eine Entscheidung treffen. Ich kann da eine gewisse kommunalpolitische Erfahrung einbringen. Ich habe ein gutes wirtschafts- und finanzpolitisches Know-how durch meinen Beruf, was, glaube ich, auch nicht schlecht ist in den nächsten Jahren. Und ich bin so Mensch, wie ich Mensch bin, versuche freundlich zu sein und bin ein zuversichtlicher Typ. Und das ist das Angebot, was ich machen kann. Und dann entscheiden die Wählerinnen und Wähler. Jetzt sind Sie im Rathaus, wie Sie es angesprochen haben, ja wirklich schon gut vernetzt, kennen den Gemeinderat, kennen die Fraktionsvorsitzenden, sind da in einem guten Austausch. Und da kam jetzt trotzdem noch mal ein Bewerber aus dem SPD-Kreis, letztes Jahr mit schon hinein im Dezember mit Marian Schreier. Diese ganze Situation wirkt ja aus SPD-Sicht etwas unglücklich. Beschäftigt Sie das in irgendeiner Weise noch? Oder wie gehen Sie jetzt aktuell damit um? Nein, das beschäftigt mich nicht. Das ist, wie es ist. Man könnte sagen, die SPD stellt ja die allermeisten Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister der großen Städte in Deutschland und dass da jetzt sogar zwei... Bis auf jemals in Stuttgart? Ja, und dass da jetzt in Stuttgart sogar zwei Sozis unterwegs sind, zeigt, was für tolle kommunalpolitische Talente die SPD in ihren Reihen hat. Nein, Scherz beiseite. Wir haben mehrere Kandidatinnen und Kandidaten und das ist so und das ist auch okay so. Und so gehen wir jetzt in diese Wahl. Aber dass man sich gegenseitig Stimmen wegnimmt aus dem SPD-Lager, ist das eine Gefahr? Also sagen wir mal so, optimal ist das nicht. Ich hätte mir das auch anders gewünscht, aber ich kann das nicht ändern und bemühe mich damit, professionell umzugehen und nehme einfach zur Kenntnis, dass das halt auch dazugehört. Jetzt gibt es bei den Kandidaten ja teilweise thematische Übereinkünfte, also ähnliche Aussagen. Was zeichnet Sie jetzt aus? Warum sollte man am Ende bei Ihnen das Kreuzchen setzen? Ich glaube, dass das Thema Wohnungsbau schon mit eines der wichtigsten Themen für eine gute Zukunft unserer Stadt ist. Und da kann ich mit meiner Erfahrung von der größten Stuttgarter Wohnungsbaugenossenschaft hier, mit der Erfahrung, die ich in der Wohnungspolitik auch schon machen konnte, mit meiner Großstadterfahrung als Fraktionsvorsitzender, als Bezirksvorsteher von Stuttgart-Ost, einiges mitbringen. Ich finde es auch ganz gut in diesen schwierigen Zeiten, wirtschaftlich jetzt mal, wenn da jemand an der Spitze der Stadt ist, der mit Zahlen ganz gut umgehen kann und weiß, wo das Geld auch herkommt, was wir ausgeben wollen zum Nutzen der Stadt. Das sind so ein paar Argumente und das Angebot, was ich machen kann. Und ich finde auch ganz besonders wichtig, dass das auch ein Mensch ist, der da oben an der Spitze der Stadt ist. Und da bin ich so, wie ich bin und dann entscheiden die, die wählen, ob sie das sinnvoll finden oder nicht. Dazu vielleicht zum Abschluss noch eine Frage von Cenka Andrasetsch. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Hallo Herr Körner. Sprechen Sie sonst noch eine andere Sprache außer Deutsch wahrscheinlich? Ich spreche halbwegs passabel Englisch und es wird dann schon schlechter mit Französisch. Das kriege ich aber noch so ein bisschen hin. Und was ich mal gelernt habe und wo ich noch ganz wenig kann, ist Portugiesisch. Eine Sprache, die mir besonders gut gefällt. Das sind so die Möglichkeiten, die ich da habe. Alles klar. Dann machen wir das nächste Interview auf Portugiesisch. Sehr gerne. Ich könnte es auch nur mit Google Translator dann wahrscheinlich... Ich könnte noch guten Tag sagen und danke, bon dia e obrigado. Und das war es dann aber auch schon fast. Dann sage ich auch vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Und wir begrüßen dann in unserer nächsten Folge beim OB-Wahlspezial Marian Schreier. Danke fürs Zusehen und bis bald bei StoGTV.